Die arme Kuh muss jetzt so weit laufen zum Gerber. Naja. Da gibt es ja kein Bauern. Das ist unglaublich. So. Dann müssen wir langsam in die Eisenproduktion starten. Ich habe aber gerade viel zu wenig Holz für sowas. Was gibt's? Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wachsen die? Sag mal was. Sag mal was, bitte. Ey, komm schon, Sprecher. Wachsen die? Ich stürchte mich, mein Lock. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Kuh. Ja. Bogenschützen bereit. Ja. Ich bin mal raus, wenn ich da jetzt... Eure Beliebtheit sinkt. Ja, hör. Schaffe, schaffe, Leute. Schaffe, schaffe, schaffe. Schaffe, schaffe. Schaffe, schaffe, schaffe. Ja? Auf ins Getümmel! Haut Male ab, Freunde. Manchmal hilft nur Muskelkraft dir. Ihr sollt abhauen. Ihr sollt doch abhauen. Da kommen Sie doch schon. So, da lebt. Hier. Bitte hier lang. Ähm... Da reicht es erstmal. Da kann ich jemanden gerber machen. Gerber. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, ja, ja. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle? Ein weiter Weg! So. Da haben wir das Holz ein bisschen. Dann können wir doch jetzt mal loslegen hier. Da können wir ja dann überschüssiges Kümmer verkaufen. Das ist eigentlich ganz doof. Ich muss eh gucken. Also... Ich hoffe, ich kann uns nicht so weit. Ich muss nicht da weitern. Und wenn ich da jetzt nicht... Ich muss nur sagen... ... Ich muss nur sagen... ist. Ah, hat mir nur bei. Natürlich dann kontraproduktiv, wenn es sich das einfach nur verteilt, ne? Ist jetzt natürlich dann ein bisschen dappig. Wie machen die denn sowas? Mensch. Oh, das ist doof. Was sind denn so viele von? Na gut, dass ich da noch ein paar stehen lassen habe. Es ist echt jetzt doof. Ja, dann geh halt auch rein. Ehrlich mal. Okay, ich hab hundert Zillsteine, das ist okay. Dann können wir hier nämlich, wenn wir hier erst mal zu, dann machen, ja. Jetzt überlege ich mir hier. Hier möchte ich dann, glaube ich, auch über dem Burgkragen arbeiten. Das heißt, wir machen es so. Eine kleine Soldatentruppe des Schweins befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ist das dahinter offen? Kannst du vorstellen, dass wir hier sonst durchkommen, ne? Ach ne, ist ins Fernseher vorhin schon durchgekommen. Geht ja gar nicht. Bin zur Stelle. Es geht ja gar nicht. Hier kann es sein, dass man durchkommt. Halt. Ja. Ja. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Ah, stopp. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Es werden Rekruten benötigt, seien. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Wenn ich das jetzt zumache, gucken wir mal kurz. Eure Befehle. Miese laufen. Sind auf dem Weg. Was heißt das hier ist? Die Truppen des Schweins greifen an. Bin zur Stelle. Das passt. In Bewegung. Ist dappich. Fast nicht. Ja. Lass mich verarschen. So wohl hoch. Bogenschützen bereit. Ja. Hat nur irgendwie länger gebraucht. Okay. Ey, halte mal. Ich hab da draußen noch meine Leute. Was wünscht ihr? Na endlich. Was gibt's? Ja. Hör. Ihr müsst euch mal ein Ziel herbringen, Leute. Hä? Die Bogenschütze schon durch? Ja. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Das ist natürlich geil. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Bock, na? Jetzt waren wir wieder knapp. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Sieht ganz ein bisschen übel aus, Kini. Oh, Peinigung. Oh, wow. Das war's schon wieder, ne? Okay. Manchmal ist nur ein Hemd. Was wünscht ihr? Jetzt immerhin. Ähm. Ja, ich denke, wir brauchen da aber auch gar nicht. Ganz ehrlich. Aber mal ehrlich, das... Ja, endlich. Läuft ja richtig gut. Was gibt's? Was gibt's? Ja, endlich. Ja, endlich. Ja, endlich. Was für eine Schattenstracht. So. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich hab eisen Produktion hier vergessen. Ähm. Ich kann nur die Streitkolle machen, okay. Aber gut, dass ich noch ein Gerber mehr hab, weil die brauchen ja auch die Rüstung, die die Rüstungssprache. Ähm. Ich glaub, Baumeister haben eine extra Gilde, oder? Baumeister-Gilde, genau. Machen wir den Platz. Oh, hier oben hin. Geht Holz hacken. Du kommst weg. Du bist fast voll, dich lass mal. Ähm. Dann... Wie ist das? Wie ist das? Jetzt haben wir eine halbe Stunde auf. Ich wollte auch folgenmäßig kacken gleich. Und... Ich muss ihm wieder ein Schnittprogramm. Oh. Läuft. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich weiß. Ich weiß. Es ist nervig mit den Räuser hier. Kann man ein Kapellchen hinsetzen an die ganzen Dinger? Oh, jetzt lass mal kurz gucken. Hä? Die bauen die ja in Verteidigung gar nicht weiter, oder? Was kann ich denn bauen? Wie können wir helfen? Ich kann Katapulte bauen. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ich saut ewig, bis ich das schaffen kann. Okay. Gut. Ja, dann... Katapulte... Hat es zwei gebraucht, oder? Vier? Ich bin mir nicht sicher. Euer Gnaden. Euer Gnaden. Auf dem Weg. Ja, genau. Es werden Rekruten benötigt sein. Boah. Mal kurz hier Rekruten auffüllen. Drama hier. Okay, aber Fakt ist... Gut, die Balliste hier ist scheiße. Das heißt, wir müssen dann gucken, dass wir... Wir machen zuerst den Turm weg. Und dann den hier auf jeden Fall. Die Ballisten sind da oben wirklich doof. Die haben, glaube ich, eine recht gute Reichweite und kriegen meine Katapulte dann recht down, glaube. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ja, das Schwein kann angreifen, so viele will, dass es mir nicht schafft. Ja, Herr! Achtung! Euer Gnaden. Euer Gnaden. Jetzt mal großzügig die Leute. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Mein Herr. Bewegt euch! Eure Befehle. Sind auf dem Weg. Euer Gnaden. Also Leiterträger würde ich, glaube ich, nicht nehmen. Wir gucken schon, dass wir es mit den Katapulten einfach down kriegen. Was soll konstruiert werden? Müsste es ein funktionieren? Unsere Schatzkammerle jetzt nicht. Unsere Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Schwinden dahin. Ich habe auch gar kein Mehl. Ich habe kein Getreide. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Getreide vor. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ruhig. Ja, Herr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Speichern sie durch. Und speichern. Und speichern. Ja, Herr. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, das geht mir alles zu langsam. Oh, das geht mir alles zu langsam. Könnte man ein bisschen was mit dem Mehl abgeben. Oder ich kaufe mal ein bisschen Mehl. Pah. Kann kein Mehl kaufen. Getreide für die Mühlen. Dann habert sie ja auch ein wenig. Ach so. Ja, Leute. Kommt die da überhaupt? Kommt die hinten vorbei, ja? Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Hab ich da aber auch Scheiße gebaut. Ja, endlich. Sind wir mal ehrlich. Wenn die da durchkommt, ist das bisschen doof. Ja. Was gibt's? Immer rein in den Dreck. Ja, hör. Bewegung. Na los. Ach. Wollt er jetzt da oben lang, ja? Sehe ich das richtig? Aha. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Was wünscht ihr? Und Marsch. Ich bin zur Stelle. Ja, finde ich das geil. Mh. Und jetzt ab. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Auf ins Getümmel. Lauf. Lauf, meine Freunde. Lauf. Lauf. Was gibt's? Habt ihr Bock zu buddeln? Habt ihr Bock zu buddeln? Ich bin doch mal zu. Ne. Was ist das? Zwei kleine Soldaten truppe. Das ist eine kleine Soldaten truppe des Schweins. Befindet sich auf dem Weg zur Burg. Nein? Du brauchst jetzt mal Schwein. Bind mir eine Nutzung. Fertig will das kein Himmel. Mein gutes Hemd. Oh, Schweinchen, Schweinchen. Schei. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Bewegt euch. Hunde. Hunde. Ja, hör? es werden waffen benötigt sein es werden waffen benötigt sein bin zur stelle es werden rekruten benötigt sein in bewegung angreifen also das ist ein richtiger angriff in der art von daher ich brauche dass ich das die truppen des schweins greifen an dann muss ich meine verteidiger eigentlich auch stehen lassen meine leute weil es uns überrummelt mich das schwein ich bin zur stelle es werden rekruten benötigt sagen schützen bereit unsere schatzkammer lehrt sich ja bin zur stelle es werden rekruten benötigt sein ist mein herr ich weiß nicht so recht aber fakt ist es ist es werden waffen benötigt sein ich bin die nach oben schießen müssen ist es echt totaler quatsch da müssen wir warten was gibt's es werden waffen benötigt sein es werden waffen benötigt sein ok dann will ich sagen es werden rekruten benötigt sein ja ja Vielen Dank.